mein sehr verehrten damen und herren mein name das ist iso und die kann ein band das ist iso herrquist oh hey band hey band in the state ein bisschen für die ganze bande und die ganze bande das ist der fiske chor aus ristinge ja und wir hatten eine platte aufgenommen bei hannes in studio und mit tom zusammen und die haben eine großartige produktion gemacht und aber dummerweise haben wir jetzt überhaupt kein geld mehr dass das zu bezahlen deswegen haben wir gedacht wir machen ein crowdfunding und für sie haben wir das hier das hat jedoch gesagt dass wir gerne ihr penge denn ich für geld hätten ja und das hätten wir sehr gerne und dann sagen wir bitte versco und wenn wir euer geld dann haben dann sagen wir ganz brav tag gut wir haben jetzt etwas für sie vorbereitet und zwar werden der fiske chor und ich wir werden jetzt original dennis und hot dogs für sie vorbereiten und singen wir haben kein pölzer mehr ja und jetzt also wir brauchen ein bisschen mehr geld und noch ein paar würstchen zu kaufen ja das macht ihr jetzt die pfeifenköppis habt ihr die ganze würstchen schon aufgegessen wir essen hot dogs mit pommes und dazu wir essen hot dogs mit pommes und dazu wir essen hot dogs mit pommes und dazu und dann trinken wir ein leckeres getränk und sauberer und dann trinken wir ein leckeres zitronenrautig getränk und Zauber herzlichen danke danke sehr danke sehr danke für ihre aufmerksamkeit ist so nett von so nett von ihm wo ist denn jetzt der ausknopf wo ist denn da ist er da ist ich hab ihn tschüss nein das hat nicht funktioniert tschüss